so da sind wir wieder der kartentisch steht unmittelbar hier vor uns der kriegsrat und wir werden den kriegsrat einberufen und wachtürme bauen unser erster akt als herold von einsätze du hast jetzt genug du hast jetzt zugang zu missionen missionsbezogene einsätze erfordern zeit und bringende inquisition ressourcen und belohnung ein pro berater kann immer nur ein missionsbezogene einsatz aktiv sein dass wir haben drei berater das heißt 3 also ja logisch geld einige missionen sind als bevorzugt gekennzeichnet was bedeutet dass sie weniger zeit erfordern wenn sie von dem entsprechenden berater durchgeführt werden missionen können außerdem je nach berater unterschiedliche belohnungen mit sich bringen also ob wir diplomatisch vorgehen oder aggressiv oder ok truppen ein soldat in der hauptstadt interesse und das freut euch nicht ich bin nicht davon überzeugt dass wir schon bereit sind allzu kritischen blicken auswahl statt zu halten die ein soldat angemessenes ausdauertraining geheimnis ausbauen der wahrnehmung und schärfung des geistes ausbildung in der kunst der überzeugung verbesserte koordination von strukturen verbesserte koordination koordination okay jetzt verstehe es geht jetzt erst mal um die boni kenntnisse der unterwelt erwerben ein eingehende studie unterwelt geflogen halten und ihre ebenso grausam wie nützlichen einsatzes öfter neue dialogoption in bezug auf kriminelle aktivitäten und gewährt 50 prozent ip für jede freigeschalten kodex eintrag machetes methode massachres eine von einem urlesischen schwert meister entwickelte methodik die von den gebanischen genutzt wird gevalieres genutzt wird oder wie auch mal die heißen um ihre leistungen kampf zu analysieren erhöht die bei eliminierung von gegnern gewonnene ep um fünf prozent geheimnisse arcanes wissen eine eingehende studie der magie sowie der orte und kreaturen die mit ihre was die mit ihr interagieren öffnet neue dialogoption in bezug auf das nichts und arcanistudien gewährt 50 prozent ip für jeden reihe gestalten kodex eintrag perfekte steckling was stecklinge umfassende studien zeigen wie man bei der pflanzen ernte den größtmöglichen ertrag erzielt pflanzen mit geheimnis okay gewährt bei jeder ernte einen zehnprozentige schon zusätzliche pflanzen zu erinnern adlerauge eine ausbildung abweichende muster in der natur oder zivilisation zu erkennen gewährt eindeutliche erhöhung der entdeckungsreichweite bei suchfunktion erfahrene kräuterkundler du hältst eine auswahl von pflanzen der stufe 1 beziehungen adelswissen eine eingehende studie der politik und der rhetorik sowie jener die diese am besten zu nutzen wissen eröffnet neue dialogoption in bezug auf den adel und die politik gewährt 50 prozent mehr ep für jeden makelloser ruf dank einiger bekanntschaften in der richtigen position und eines so zusammen aufgebauten rufes bezahlen händler zehn prozent mehr für gegenstände die in die inquisition verkauft eine hand ist die andere dank zahlreicher kontakte unter den handwerkern lieferanten und adeligen gönnern geben händler der inquisition zehn prozent rabatt auf ihren waren seltene bestände einkäufer der inquisition können deren ruf nutzen um eine lieferung ebenso seltener wie wertvoller rohmateriale für das handwerk zu aufwerben okay und dann inquisition verbesserte koordination und strukturen geschichtliches wissen eine eingehende studie der vergangenheit von thea das eröffnet neue dialogoption in bezug auf geschichte und die kirche gewährt einen zusätzlichen bonus geht deshalb jetzt gebraucht für das was er vorher gemacht also in der letzten folge das ganze wissen über die kirche etwa echt app abgreifen können okay antivianische schneider handwerk die antivianischen schneider sind berühmt für ihre fähigkeiten versteckte taschen in kleidungsstücke einzusetzen ein paar worte gegenüber dem freunden der inquisition im norden genügt damit ihre truppen auf einsetzen mehr gegenstände bei sich tragen können hartglas fläche bessere techniken bei der glasherstellung ermöglichen die fertigung widerstandsfähiger fläschchen wodurch mehr tränke gleichzeitig gefahrlos mitgeführt werden können verleiht jeden gruppenmitglied ein weiteres tränke feld wir haben ein inquisition boni ich würde jetzt sagen wir machen das mal in beziehungen nee wir nehmen das das ist besser das bringt am anfang am meisten so dann wollen wir jetzt die die dinger bauen hinterland erkunden abgeschlossene geheimnisse die hinterlanden erkunden wir haben die kämpfe so gut wie möglich umgang es ist genauso schlimm wie wir befürchtet hatten die abtrünnung sind wahnsinnig und greifen alles an was sich bewegt die templar hier haben anscheinend niemanden mehr dass sie befehligt wir haben mutter gesellen gefunden und beschützen sie so gut wie möglich aber sie weigert sich die flüchtlinge zu verlassen bis wir für deren sicherheit gesorgt haben dazu sind aber truppen erfolgreich die die abtrünnung und die templar aus dem gebiet vertreiben kommandant kallen hat mich gebeten kontakt mit okay das haben wir abgeschlossen soldaten retten die im verraten fall schollen sind das sumpfeinhorn wachtürmer richten die flüchtigen in den hinterlanden sehen sich der bedrohung durch banditen dämonen abtrünning und magier desertierten templar ausgesetzt der bau von wachtürmen in diesem gebiet wird den truppen von was den truppen der inklusive zonen dabei helfen für die sicherheit von flüchtlingen okay du kannst an dieser mission nicht teilnehmen meine soldaten werden diese türme binnen kürzester zeit errichtet haben und was hier in der nähe von redcliffe gibt es einige artige die den inklusion mit freunden helfen würden wenn wir ihnen ein entsprechendes angebot machen wir machen hier unsere truppen das braucht dann 48 stunden zeit 48 minuten okay das heißt so schneller das ist dann so wie browser geben so dann können wir noch weitere sachen machen soldaten retten die in forelden verschollen sind kosten acht soldaten retten die in forelden verschollen sind soldaten der inkquisition werden im marschen im süden von forelden vermisst da weit die teile der region nicht kategoriert sind wird es schwierig werden die soldaten zu finden die berater der inkquisition sind allerdings entschlossen der sache auf den grund zu gehen und die männer wenn möglich zu retten geheimes schickt meine leute ein paar speer sind schneller als eine große gruppe beziehung wenn ich den örtlichen bahn kontaktiere kann er truppen in senden die verschollenen soldaten zu suchen truppen andere soldaten melden sich freiwillig und nach ihnen verschollenen kameraden zu suchen sie werden erst wenn sie gefunden haben ich würde hier den bahn angebracht und das kostet alles acht also wir haben jetzt 16 macht das können soldaten retten die in forelden verschollen sind die verschollenen soldaten wurden einem mohr namens fallbruch gefunden sie werden dort von aber als geist gehalten als geisel gehalten die im tausch für das leben der gefangenen einer unterredung mit den herald am trastes fort neues gebiet freigeschalten ok jetzt nicht gut dann haben wir neues gebiet das zum feinhorn das zum feinhorn wir haben ein hilfsangebot erhalten ich bin entnervt aber nicht dagegen es ist nicht das erste seltsame versprechen dass wir bekommen es wird auch nicht das letzte sein es folgt eine elegante notiz die inquisition braucht etwas dass wir ihr geben können wir haben ein reittier von edelm wesen in unserem besitz das in der schlacht gegen zorn gefallen ist gegen zorn gefallen was das in der schlacht gegen zorn gibt ach das gab es gab eine schlacht jetzt gefallen ist und vom grenzenlosen verlangen einer würdigen sache einem edelmeister zu dienen ins leben zurückgekehrt wir haben ein reittier von edelm wesen in unserem besitz das in der schlacht gegen zorn gefallen ist und von grenzenlosen verlangen ein würdige eine würdigen einer würdigen sache und einem edelmeister zu dienen ins leben zurückgekehrt ist so jetzt sagt beweis dass eure anhänger längst glauben beweis was eure anhänger längst glauben dass eure einfluss weit über diesen welt hinaus reicht dass selbst die mächte ist nichts eure verbündeten sind dass der tod den sieg nicht verhindern kann die gemeinschaft ich werde unauffällig dafür sorgen dass niemand die ankunft stört wir gehen überaus sorgsam mit so einem geschenk um dafür sorgt schon unser partner ich glaube das sumpf ein horn kriegen wir für das war eines meiner preorder boni oder digitalen collectors editions die kreatur ist eingetroffen sie ist tatsächlich so verstörend wie erwartet bericht annehmen machtürme errichten im gang also die hinterlande haben erkundet geld beschaffen bisher profitieren die truppen der inquisition von sehr gut gefüllten schwach von der sehr gut gefühlt ich kann ich nicht mehr lesen das fallen ist ein bisschen weit weg hier auf dem bischof bisher profitieren die truppen der inquisition von der gut gefüllten schatzkammer der kirche jetzt muss ich den vision allerdings eigene einnahmenquellen suchen wenn sie weiter wachsen möchte der handel mit im hefen ist im moment stark eingeschränkt aber es gibt durchaus möglichkeiten geld zu verdienen wenn die inquisition bereit ist sich darauf zu konzentrieren so ich verstehe mich vortrefflich darauf mit kaufleuten und adligen gefälligkeiten auszutauschen wenn wir um nicht was wenn wir umsichtig sind können wir könnte uns das viel geld einbringen es wäre ein kinderspiel geheimnis zu sammeln und zu verkaufen und das auch nur der hauch einer spur der inquisition zurückführt wir machen das hier weil so geheimnisse könnten uns ja auch da war zwar ein bisschen länger aber vielleicht immer einen kleinen boden hoffe ich mal die kater bekommt ihren anteil kardasch tut mir leid das lyrium geschäft beim konklave schief gegangen ist als ich sagte ich würde davon ausgehen dass die gespräche platzten meinte ich nicht kardasch tut mir leid dass das lyrium geschäft beim konklave schief gegangen ist als ich sagte ich würde davon ausgehen dass die geschäfte platzen meinte ich nicht dass so jetzt habe ich richtig beton immerhin habt ihr es in ein stück raus geschafft ihr hättet schon immer erstaunliches glück ich verrate nicht wo ich gerade bin sagen wir ich bin an einem halbwegs sicheren ort und lasse alle im dunklen tappen der vernichter sucht euch naja uns beide aber vor allem euch und zwar wütend wie ein betrunkener pronto er denkt ihr werdet mit seinem lyrium abgehauen soll rot was soll raka soll ruka und dass ihr euch hinter einem wald von inquisition seit hatten vor der kater versteckt ich wäre an eurer stelle vorsichtig landos die beiden können nicht mehr wir können nicht offen mit der kater verhandeln aber vielleicht bringen wir aus maats botschaft dazu es für uns zu tun gut damit haben wir jetzt mal die losgeschickt und wir gehen wieder zurück hier ins hinterland wieder schnell reise funktion gruppen sammeln und folgen ort reisen hinterladen ja ja nämlich mit dich mit dich mit und bestätigen ich muss mir an der stelle wieder ein bisschen entschuldigen ich bin momentan ein bisschen durch den wind ich bin gerade wieder so mitten der prüfungsvorbereitung und deshalb fällt mir grad schwer auf tolle texte richtig dialogbezogen einzugehen weil und die richtig toll vorzulesen weil mutan lese ich bücher über theoretische informatik und da geht es nur um automaten und so weiter keller automaten war eier und touringmaschinen endlose bänder auf den buchstaben drauf geworfen werden egal der ladebildschirm des grauens immerhin wir sehen da unten pulsiert was also das programm ist noch nicht abgestürzt hallo geh bitte los ich hoffe die ladezeiten gehen nachher auch in die berechnung der bauzeiten und so weiter rein weil so nach einer halben ladezeit könnte dann schon das meiste fertig sein so questkarte und da 4 lager bei den höfen zumindest haben wir jetzt ein bisschen was gelernt wie der kartentisch funktioniert das ja auch ein ganz tolles element wir haben unseren ersten boni das heißt jetzt müssten wir ganz kurz wenn ich jetzt hier rein guckt 8 sorry ihr müsst euch nicht erschrecken ich wollte jetzt nur gleich hier zu dem tisch tränke auffüllen noch kein verlinkt verfügbar noch kein tränke verfügbar ich dachte ich hätte jetzt neuen slot krieg dafür ok anscheinend habe ich zwar einen neuen slot freigeschaltet aber noch kein kein getränke dafür so dann würde ich mal sagen machen wir jetzt hier schnell noch die beiden risse wo das noch eine quest lesen eine bitte von herzen mein preis gegründer biesen namens trophy wird vermisst wir sind keine ahnung wahrscheinlich sind ochse er ist bei dem bonen angriff weggelaufen wurde zuletzt in der schlucht gesehen wer ihn findet und auf mein gehöf zurück bringt erhält eine belohnung eine mitteilung aus an alle mitteilung auf einer anschlage tafel eine einfache karte zeit wo sich der bi sind ungefähr auffällt wohin er zurückgebracht werden soll ok aber wir machen jetzt erst mal ein rest dahinten jetzt eigentlich das neue schlachtpferd nee das muss ich auch noch mal gucken wie ich die pferde dann später austausche also zumindest habe ich jetzt ein ich habe ein edles schlachtrost weiß noch nicht wie ich benutze ok hat jetzt gelohnt absteigen ok jetzt hier da immer truff und und ja jetzt noch einer da okay dann schließe man trifft ich habe ich sehe ja wer genau hinschaut ist klar im vorteil da oben ist anzeige das heißt nicht nur dass es ein riss ist sondern auch die lebenspunkte vom riss so dann schließen wir mal da so gut dass noch ein aussichtpunkt das gehört gleich mir kommt meint hydras liebste ja ich glaube das lese jetzt hier nicht vor ihr könnt euch ja per pause taste durchlesen ich das kreuz langsam runter da 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 also die eroberung sachen die lese ich nicht vor das sind irgendwelche lieder und weiter ich lese schon so viel vor aber das muss ich sagen so okay wo ist der zweite riss das ist der zweite schließt den einsatz macht türme auf dem am kartisch ab habe ich gemacht jetzt muss ich nur warten bis die gebaut sind wo ist der zweite riss bist du riss scherbe hinterland nicht zugestellt scherben hinterland scherben hinterland verschlossene tür ist da damit wollen noch schnell die risse machen kommt hatte ich meine ich fand es ja cool dass man in thaler in dragon age 1 und 2 sein dem bari hatte aber so ein pferd ist ja auch cool wobei ich würde auch wieder gerne ein hündchen haben vielleicht kriegt man ja spiel 1 ich glaube zwar nicht weil da hätte man das irgendwo mal gelesen cool wärs vielleicht kommt das ja irgendwie als dlc mal oh ich hab platz ich glaube das hat mein pferdchen weh getan was bist denn du für einer gott ja ich glaube der etwas hat mir einfach mal so internet geblättert mit sein mit seinem eisstrahl und das mit als zwerg wo ich ja 25 prozent rassist kriege oh da ist der zweite drauf gegangen du solltest vielleicht auch was trinken das üble jetzt ich krieg den rift gar nicht geschlossen weil haben wir ihn getötet das wird nichts das wird nichts das wird nichts was auch immer spiel fortsetzen ach ja also das spiel kann an manchen stellen doch etwas schwerer werden aber dieser eistrahl konnte ich echt nichts dahinter gegen die machen so wir probieren aber gleich noch mal diesmal bereiten uns drauf vor wir laufen diesmal hin also jetzt haben wir auch noch kreuzritter und alles mögliche da ne das wird nichts ja spiel fortsetzen ja ok ich glaube das wird nichts die sind etwas zu stark ich mache an der stelle einen cut wir lassen das mal für später ruhen und gucken uns dann die anderen gebiete mal hier in aller ruhe an bis dahin sage ich danke dass du zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder macht's gut ciao ciao